Hallo liebe Schlesier, vor einigen Tagen habe ich erfahren, dass es eine Autonomiebewegung in Schlesien gibt und ich begrüße das sehr, finde es toll, dass Schlesien autonom werden will. Ich persönlich fände es aber noch schöner, wenn ihr wieder zurück in die alte Heimat käme und wieder mit uns vereint seid, denn ihr gehört ja irgendwie zu uns und ihr sollt ja auch eure Sprache und Kultur und alles behalten, aber wir würden uns freuen, wenn ihr wirklich wieder zurück zu uns käme und ihr habt ja viele Familien hier und wir haben viele Familien bei euch und wir würden uns wirklich darüber freuen und was unsere Regierung sagt, das entspricht nicht dem Willen des Volkes, absolut nicht. Bei uns wird Tag und Nacht darüber diskutiert, wann die Türkei in die EU kommt und nicht, wann unsere eigenen Leute wieder nach Hause kommen, wann unser Land wieder vereint wird und von unserer Seite können wir kaum was machen, aber die Schlesier Autonomiebewegung, also ihr seid so stark, vielleicht könnt ihr was machen, also wir würden uns wirklich freuen und ihr gehört zu uns und wir gehören zu euch und ich entsende einen Gruß an die alte Heimat und lasst euch doch mal blicken und noch schnell Grüße ans Volksbetrug Forum, Volksbetrug.net unbedingt mal reinschauen, also macht's gut, bis dann, tschüss. und selbstbetrug bei diesen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.